Am Wochenende geht's nach Leverkusen, in die Pillenstadt. Unser Trainer kriegt noch ne Chance, also hör zu und aufgepasst. Wir kommen ohne Pfannenberg, auch Samartha ist nicht dabei. Doch Uwe Schröder hat's gesagt und das ist keine Lügerei. Unsere Jungs können's kompensieren, die Mannschaft hat's schon gezeigt. Wir können kämpfen und auch siegen und wir Fans sind da nie abgeneigt. Euch helfen dann auch keine Pillen, am Ende tut's richtig weh. Wir nehmen die drei Punkte mit, ole ole ole. Schalke 04 Ja! Bis zum nächsten Mal.